Musik Die Müllner Betriebe Check-In in Donnerskirchen, das Hotel in Marz und der Bärenhof in Wiesen widmen Ihnen den folgenden Sportbeitrag. Nach zwei Schlachten, fast im wahrsten Sinne des Wortes, wollen die Mattesburg-Rocks zu Hause den Fans wieder echtes Basketball bieten. Startschuss für eine neue Serie heißt es da auch im BKM-Programm. Das aber mit einem Lazarettaufgebot der Langzeitverletzte Michael Mach mit Stützstrümpfen und Curry-Hallet mit einer Gesichtsmaske. Ja und damit will man es gegen die Wörthersee-Piraten aus Klagenfurt offenbar wirklich ruhig angehen. Etwas so ruhig, wie die ersten Minuten gegen den ehemaligen Basketball-Spitzenklub aus Kärnten zeigen. Da nehmen von Anbeginn an die Gäste das Heft in die Hand. Christoph Gspandl ist es, der nicht nur für den gelungenen Auftakt der Gärntner sorgt mit seinem Zweier, sondern die Rocks damit auch verwirrt. Schon nach kurzer Zeit heißt es bereits 8 zu 0 für die Piraten. Damit genug, sagen sich Coach James Williams, Ulreich, Suljanovic und Co. bei einem Timeout. Und Rami Suljanovic ist es dann auch, der für Deutlichkeit und den Unterschied zwischen seinen Titelanwärtern und dem Tabellenletzten sorgt. 30 zu 12 heißt es nach dem ersten Viertel für die Rocks. Ab dem Ende des ersten Viertels und dem Beginn des zweiten wirken die jungen Piraten eher Skalärensträflinge auf zu hoher See, sprich zweite Basketball-Bundesliga. Rami Suljanovic, der wieder genesene Michael Bach, Kapitän Stefan Ulreich, diesmal mit der ungewohnten 17 auf dem Rücken und nicht mit seiner Stammnummer 11, so wie Christian Bach, Benji Czucco und nicht zuletzt Dian Niccoli spielen die Kärntner an die Wand. Allerdings haben die Gespandls auch Wurfbeich, wie man sieht. Dennoch zeigt der Zwischenstand zur großen Pause von 51 zu 29 nicht nur einen enormen Abstand, sondern ebenso den Klassenunterschied mehr als deutlich auf. Eigentlich könnte man mit dieser Zusammenfassung bereits aufhören, aber es ist so schön, schönes Basketball zu sehen. Korb um Korb, Punkt um Punkt, Zweier, Dreier und Freiwürfe und Offensiv-Rebound sind nun an der Tagesordnung. Kurb, Punkt um Korb! Gegen Ende des vierten Viertels gibt es aber dennoch zwei Höhepunkte. Der Hunderter muss gleich fallen. Ja, und er fällt in den Korb, wie Sie sehen. Dieser Zwischenstand ist balsam für die treuen Fans der Rocks. Ja, und Höhepunkt Nummer zwei kommt von der Bank. Der junge Fabian Poremba mit der 32 darf ran und beweist dabei sein Talent, nützt die Gunst der Stunde oder der Minute. Ende gut, mehr als gut, 112 zu 55. Bester Werfer der Rocks wird Pansche Czucco mit 21 Punkten. Es ist der Mann mit der 7 am Rücken. Und der Mann mit der 14 ist Michael Mach mit einem tollen Comeback nach seiner fast einjährigen Verletzungspause. Und er sagt zur ruhigen Kugel gehen die Piraten. Wir haben ein bisschen gebraucht, um das Spiel reingekommen zu ihm. Aber dann haben wir ganz klar gewonnen und es ist glaube ich eine gute Vorbereitung, wie wir mit uns sogar für das nächste Schmetschen. Ein tolles Comeback. Ja, es hat sehr lange gedauert. Die Pusten haben mich sehr unterstützt und sehr hoch und haben viel zu bekommen. Die Rucks bleiben damit mit den Mustangs aus Mistelbach gleichauf an der Tabellenspitze. Bis zum nächsten Gipfeltreffen direkt in Mistelbach. Bis zum nächsten Gipfeltreffen. Bis zum nächsten Gipfeltreffen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.